Hallo, herzlich willkommen bei CryptoTV. Viele werden es ja schon wissen, man ruft mich unter den Namen Roman Michael Reuder. Heute habe ich wieder ein ganz besonderes Zuckerl für euch, aber nicht auf YouTube, sondern ich möchte euch zwei Videos auf Rumble vorstellen, die ich heute hochgeladen habe. Warum auf Rumble und nicht auf YouTube wieder? So wie bei dem letzten Video, wo ich die Aufarbeitung über den Massenzwang ein Video gedreht hatte, wäre es für YouTube unpassend, da es mir auch wieder löschen würde, weil ich anscheinend gegen medizinische Fehlinformationen verstoßen würde. Und damit habe ich jetzt einen Zweiteiler wieder auf Rumble hochgeladen. Diesmal geht es um die Aufarbeitung über das Thema von den PCR-Tests. Was bedeuten Inzidenzwerte wirklich und warum kam es eben dadurch zu den Lockdowns? Ja, zwei Teile wurden es deswegen, weil diese Videoserie etwas umfangreicher war, als wie das Video über die Aufarbeitung der Masken. Und bei Rumble kann ich nicht ein zu langes Video hochladen, weil sonst die Videoqualität runter gerendert wird auf dieser Plattform. Achja, ich werde euch diese Video-Links zu diesen beiden Teilen unten in der Videobeschreibung verlinken, auch in der Kommentarzeile. Einfach dann draufklicken und ihr kommt umgehend dorthin. Ja, bitte fleißig teilen, weil ich mir denke, es ist sehr wichtig. Und ich weiß, somit habe ich jetzt alles gesagt. Ich habe einen Hunger. Ihr wisst, McDonalds, Burger King und Starbucks taugt mir nicht. Raus geht euch nur für einen Barrikang Grill. Gehört euch wohl.